So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thea 2. Wir sind hier wieder im Eisgebiet, wir forschen jetzt gerade noch ein bisschen und sammeln ein paar Fische, einfach um Nahrung zu kriegen. Und wir haben letztes Mal auch unsere Reihen ein bisschen erweitert. Wir haben jetzt zum Beispiel Ivan, der ist erwachsen geworden und ein vollwertiger Wohr. Und wie auch immer man das ausspricht, vielleicht auch Wohr, keine Ahnung. Und wir haben zum Beispiel jetzt noch ein Ork-Kind in unseren Reihen. Denn, ach, sie werden alle so schnell erwachsen. Und wir sind kurz davor, hier die Häuser fertig. Children's Playground. With this playground your kids can practice while playing increases main attributes of children. Das ist sehr schön, weil die dann, wenn sie im Dorf aufwachsen, eine höhere Chance haben, sich entsprechend besser, was ihre spätere Laufbahn angeht, zu entwickeln. So, ich sammle derweil weiter Graben. Boah, Gebiet ist, okay. Ja, komm, showing off, warum nicht. Ich versuche zumindest auf 40 zu kommen. Und jetzt hier. Armory for strong storing and maintaining equipment increases shielding of villages. Ähm. Hier sind die durch, das heißt, da setzen wir unsere Profis ran. Wie gesagt, ich lasse es bis 40 bei Food hochgehen und dann geht's weiter. Blood Seeker, wir wissen noch nicht, was aus dir wird, aber Battle Orders ist immer nützlich. Und unser Wall kriegt Convincing Voice oder Dark Claw. Ähm, Convincing Voice. You know how to convince another person to give you what you need. Ist grundsätzlich intelligence basiert und kann in Mental und Spiritual Challenges gemacht werden. Vor allem aber True Damage, also Damage is both shield and hit points. Nett. A Dark Claw. You are able to conjure a bear claw out of dark energy within you, sharp enough to slice your enemies like carrots. Das ist eine Sache, die kann physisch eingesetzt werden, das kann aber auch Summon Unliving. Ich glaube, ich nehme die Convincing Voice. So, und jetzt ziehen wir weiter. Wir haben hier was zu tun. Zumindest gibt's hier irgendwo noch Lightbringers. Und die möchten wir natürlich, ähm, freundlich bitten zu gehen. Wenn ihr versteht, wie ich das meine. Hier, Lightbringers. Die machen wir aber sowas von fertig hier. Ähm, währenddessen, ähm, Research. Ich vergesse es immer wieder. Ich überlege jetzt auch, was ich eigentlich dann, wenn wir den Domination Victory hier gekriegt haben, machen soll. Ich denke, ich werde tatsächlich sagen, ich fange ein neues Projekt an. Wird ja auch langsam mal Zeit. Lightbringers. You come to a settlement claimed by the light. Its folk roams the streets in unison, working and crafting, plowing the fields, all in silence, all together, when they spot you, they approach. You have come to join us. No, tell them you have come to talk and perhaps establish a friendship. You're either one of us or you're not. Come. Light wisps begin to circle you. There are cold heat on your skin and burning icicles through touching your guts in an attempt at joining. Okay, da brauchen wir neun und das mache ich dann tatsächlich auch wieder wie vorhin. Ich mache ein Ritual. Wozu haben wir die ganzen scheiß Diamanten gekriegt? Und damit können wir arbeiten. Wir können auch noch weitere Viecher dazu holen, aber ich glaube, das brauchen wir. Was brauchen wir eigentlich für so einen Rock Troll? Der Trollrock, der auch nach drei Runden wieder weg ist. Solche Materialien brauchen wir dafür. Wir wollen mich doch verarschen. Wie stark muss dieses Viech sein? Ähm, zurück zum Thema. Wir wollten das. So, macht euch an die Arbeit. Währenddessen wird hier geforscht. Ach, diese Lightbringers sind doch immer wundervoll. Nervig. So, wir haben den Segen und jetzt hauen wir sie platt und zwar spirituell. Oh, das hat ein bisschen weh getan, aber das kriegen wir hin. Auf was für Minus sind wir jeweils gefallen? Minus neun ist machbar. Oh, nur Lidmila ist bei minus neun. Ja gut, dann. Wenn wir ein bisschen weiter gelaufen sind, einfach heilen und fertig. Es sind noch mehr Lightbringers spawnen und so ein Kram. Aber es gibt Gemüse hier. Das ist sehr schön. Aber erst einmal. Wir wollen Spiritual Healing. Was mit den Kräutern zum Beispiel sehr gut geht. Ich nehme für das obere die Knochen, für das untere die Kräuter. So. Ja komm, wir hauen es tatsächlich dreimal raus. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Haben wir die Forschung schon eingestellt? Noch nicht. Jetzt kommen aber auch echt alle. Zack, kein Problem. Das sollte alles machbar sein, vor allem. Zack. Steel Battle Axe. Ach, Research Material Wraith. Nett. Jetzt, oh, das ist ein bisschen härter. Das müsste aber klappen. Yep. Hier sind ganz schön viele von diesen Lightbringers. Kriegen wir die platt. So zumindest. Zack, kein Problem. Und auch da hinten. Und da ist noch was, was wir einsammeln können. Komm, da machen wir jetzt mal ein roher Gewalt. Zack. Und hier können wir dann noch ein bisschen Gemüse auf dem Weg sammeln. Was einfach mitten im Schnee wächst. Ähm. Was ich eben noch schauen wollte. Ah, okay. Mäntel ist das. Das geht hier einfach mit der Moral wieder hoch. Ähm. Gut, dann. Habe ich alles. So. Ach nee, kochen. Kochen, kochen, kochen. Wenn wir was kochen können, dann sollten wir das tun. Ansonsten ist das verschwendetes Potenzial für weitere Nahrung. Und die wird gerade bei dieser Anzahl an Charakteren immer wichtiger. Ach. Ätzende Viecher. Kann ich nicht einen einfach mal in Ruhe lassen. Hunter's Mark. Wisdom. Intelligence wäre mir ehrlich gesagt lieber gewesen, aber okay. So. Wir setzen uns jetzt da hin. Ich schaue mal kurz auf die Karte. Ach, da geht's dann oben auch direkt noch weiter. Ach du Heilige, das ist eine große Insel. So. Ihr nehmt das mit. Ihr erforscht das. Das. Und wir brauchen einmal kurz wieder Spiritual Healing. Also einmal das, einmal das. Ich hoffe, dass es jetzt einmal reicht. Die sind so lästig. Und jetzt bin ich schon wieder überladen. Ähm. Und hier letztes Gebäude. Trading Post. Traders will sometimes visit the settlement. Also provides a metal bar or gem each turn. Hm. So. Good luck. Intelligence. Ja gut, meinetwegen. Und jetzt. Kram, den wir nicht brauchen, zerlegen. Silver Mallet. Moment. Das könnte was sein, was jemand brauchen kann. Das Ding macht halt. Ja gut, das Ziel Greatsword macht. Life Leech. Und höheres Shielding. Aber. Haben wir nicht sogar jemanden mit einem Hammer? Der hat einen Dryad Mallet. Den durch den Silver Heavy Mallet zu ersetzen, finde ich, ist eigentlich eine ganz gute Sache. Der macht zwar ein bisschen weniger Schaden, aber eben True Damage. Das heißt, der ignoriert Schilde komplett. Also der grüne True Damage ignoriert die Schilde. Der blaue schädigt die Schilde zusätzlich auch noch. Ja, komm. So, zack. Sind wir nicht mehr ganz überladen. Und ziehen weiter. You see before you the ruins of an old city, covered in ice, so clear that it looks almost like glass. An old sign hangs at the gate. Ye who come here desire not the treasures within. Turn away, for thy souls will be at peril. There are clearly foreboding humanoid skulls scattered around, too. Serka. Look for any signs that may show what this place is. Och, wir können hier sogar... Story überspringen nötern. Serka. Das scheint interessant zu werden. You look closer at the gates and consider the wording of the warning and you find symbolism of the long-lost kingdom of Kral. Try to recall details about this kingdom. This was once one of the first human kingdoms to rise after the darkness was beaten and the awakening came. It promised renewed glory for mankind, but instead of flourishing, within a year it fell into terrible ruin. Focus only on what might be relevant here. The ruler, King Kral Skra, was said to be a magnificent man who promised to deliver true prosperity to mankind, but there were also rumours that he scorned the gods and thought himself divine. Still his land prospered until its sudden demise. Looking at these ruins, here in the ice plain, perhaps the city simply fell to the shattering and its effect on this world. Go in. You enter the ruins and find them surprisingly warm. The ice you previously spotted is indeed more like glass. As it is hard and slippery, but not wet or as cold as you'd expect it to be, you also spot a glimmer of light coming from the remains of a tower. Charge in it with weapon- Charge in with weapon strong. Nein. Explore the tower carefully. You enter a large chamber that was suddenly a great hall once, or perhaps a ballroom. There are frozen chandeliers, tables set up with silverware, granite floors and ornate columns. There are also mirrors and paintings on the walls, but the mirrors are shattered, and the paintings are torn where the king's face should be. A golden throne is submerged in the odd glass, and atop it sits a lone figure turned away from you. Speak to him. The person turns to you. He is a withered husk of a once great man, wearing a crooked golden crown and a metal mask over his face. His voice is loud and harsh. I smell the life force on you. It sickens me to the bones. Have you not come to admire my kingdom or praise my greatness? No? Well, you are too late. It's all gone. This is clearly King Kraus-Kra. Address him as such and ask what has befallen his once great kingdom. Ask him why he sits on air alone. Oh gut, we'll do this with King Kraus-Kra. A learned one? How rare. When I rebuilt mankind's greatness, we had scholars once more. Now the earth shatters evermore. The light, no doubt brought by the meddling of those idiotic gods. A mere priest holds tatters of great knowledge. Way to listen to more of his story. Tell him that if he calls your gods idiotic once more, you would teach him a lesson. Say that you agree about the gods, even though you are forced to do their bidding. You dislike their constant meddling. Ask my whole name soon. What happened, you ask? They happened. I was strong. I had beauty, wisdom and the love of my people. But the gods did not like it. No. They made my kingdom rot through betrayal and misery. And in the end, on my deathbed, I was cursed. My face torn from me and this body trapped in this glass ruin forever. I cannot touch anything. I cannot leave and I cannot even look into the mirror. Damn them. Tell them that if he calls your gods idiotic once more, you will teach him a lesson. Bah! A servant of our tormentors. Did they promise you riches? Make you their pet chosen? It is they who made me like this, you know. I was a king. A great one. Too great for them as I renounced their deeds and pushed mankind. But they got angry. Cursed me. I was powerful, so they made my kingdom fall. I was loved, so they made my people betray me. And I was beautiful, so they carved out my face and attached it to a demon. I accept his tale and tell him it's a terrible fate indeed. Questioner story. You do not think your gods would be so petty. You must have done more to anger them. Ich glaube, das mache ich tatsächlich. The impudence you come to face a king and speak as if you were an equal and to question my word. If you do not believe me, go, seek out the demon wearing my face and the creature will tell you I am right. So trust the demon on an unliving, cursed king. Tell him you do not have time for this and he'd best move away while you loot the runes. Ask why you should bother at all. I suppose I do sense in you an annoying essence of power. You may be just the minions I need to get rid of this wretched curse. If you do, all that lies here under the glass ice will be yours. I could agree. Good. As I said, my magnificent visage was placed upon the disfigured body of a lowly demon to mock me. I believe that once you retrieve my face, I will be whole and will break free of this curse. I have marked the creature's lair for you. Nod and say I will be back with a face. Interessant. Come here. You find an old graveyard engulfed by low-hanging black mist. It does not seem dangerous now, but you know this could change at any moment. This is where the glass king, said a demon wearing his face, resides. Search for it. As you move between the gravestones, you notice a young boy skulking in the mist, watching you. The boy has wolf's fur on his back, oddly long fingers and crooked legs. It could be a demon. You also spot under the fur a terrifyingly beautiful male face, staring at you with a nasty grin. Demon or magic user? This is a cursed child, not a demon. Speak to him and ask if he is still alone here. Ask the creature to come out and talk to you. Ja, erstmal das mit dem demon. The child steps a bit closer. I have friends, so you best keep away. If you come near me, my back face will eat you. And yeah, so. Say you'd like to play with him. Tell the boy you are not here to hurt him. You must want to... I just want to ask him about the back face. Does he know how he got it? Ich würde sagen, erstmal mit dem Kind, wenn wir die Möglichkeit haben. Ich schätze, das wird das Ganze friedlich lösen können. Play! Oh yes! He claps his hand and the children run off and play for a short time. When they return, he speaks again. Oh, thank you. That was very nice. Ask if he'd like to come with you and play more. Ask if he knows anything about the face on his back. Ja, komm, erstmal das. Oh, I'd like that very much, but I can't. My father did a bad thing and then this lady put me here and said I will play with his shadows and live forever, but I can never leave this place. Who is his father and what bad things did he do? I don't know really, but he was bad and a pretty lady came and said to him that he must stop or else I will pay the price with him because of some old deal he made. He said he will do as he wishes. My father is the greatest king, you see. But then, later when he died, I was brought here and the back face grew on me and it eats bad people. Mit antworten, das ist eigentlich der Sohn dieses Königs. Och ne. Has he ever tried to leave? Yes, it hurts very bad and the shadows say I will die if I leave. Ask if he knows anything more about the face on his back. Is there a way to take it away? No, it lives on my back and the shadows say that if I try to take it off or leave, I will die. Magic user, examine the child. Go back to the glass king and tell him that killing the child, even if it is a demon, is not your... Hat er dir, like me? Ich würde sagen, wir untersuchen, das Kind. You sense that he is cursed by a power beyond your reach. It almost feels divine. Also das Kind werden wir nicht töten. Go back to the glass king and tell him that the killing of the child, even if it is a demon, is not to your liking. You walk away and are about to leave the cemetery when you see a reflection of the king in a puddle. Have you got my face yet? The child plays in the background and the king seems keen to ignore it. Ask if he knows that taking the face means killing this child and also ask if this is his son. My son, do not be ridiculous. It may look like him, but it is another of your god's fiends here to torment me. Now kill it. Bring me back the face and get your just reward. Convince him that even if this boy is not his, which you think he may be, killing the child is wrong. You should at least speak to the boy. Can't problem. I... I don't want to look at him. If you are right, then I am the one who did it. To my own son. What did he do, really? Boasting about one's power is hardly reason for such a heavy curse from the gods. Now don't say that this is none of your business, but you do want to see it resolved. Wir machen das erste. I allowed my pride to overshadow my duty. I let darkness into my home without knowing it. I made pacts with creatures in scheme to destroy the gods. There. I finally said it out loud. It feels oddly good. What about the boy? The boy walks over to you and the king looks into his face. A single glass tear drops from underneath the king's mask. Please. Leave him be. Do not harm him. I know how to break the curse. Give you your reward and perhaps release the child too. Come find me. Agree and leave this place. Das will ich auf jeden Fall noch in der Folge machen. Das ist gerade eine echt interessante Geschichte. Das gefällt mir. Oh, wir haben noch was dafür. Das passt. Das mache ich gerne so. Ah, die Kräuter brauchen wir noch eventuell. So. Und. Zack. Eine Runde warten und schauen, wie sich das Ganze noch lösen lässt. Es ist Herbst. Intelligenz. Warum wird der Kerr so intelligent? Das ist nicht was Borgbius. Ja gut, warum nicht? Das ist ein Dämon. Bei Strike Me Down muss ich an Palpatine denken. Aber egal. Ask him to tell you the truth of his story. The truth is a fleeting dream when time stretches as it did for me. Was I a prideful prick who dreamed of toppling the gods or a visionary thwarted by traditionalists? We will never know. I made bad choices. Deals and dirty games. At the height of my fallacy I challenged Lada and said my own visage is far more divine than her common wiles. Um, keep listening. Now, the pretty lady who is not so sublime, was it she who slapped me in the face? Or was it her daddy, offended at my impudence? Or was it even a priest seeking her favor? I do not know. I only know that I did see a golden light come to me as I died. And sweet sharp words were whispered to me. That which you treasure so will be taken from you. And only when you are reunited with, will this curse pass its true judgment. Um, how dare he suggest it was the Lady of Love and Harmony that would do such a thing? Not an understanding degree to end this. Ich würde sagen, erst mal das. I have no desire to argue with you. As I said, I never knew which of my many enemies did this to me. Wise ones will likely say I did it to myself. I was ready to stay obstinate for eternity. Find a way to break this curse and scorn those gods again. But my son, he did not make this choice. He deserves more. Not an understanding and agreed to end this curse for him. Good. Once I am gone, this place will also shatter. If you desire its riches, you must perform a ritual that will slow the destruction. I can give you instructions, but now... But you will have to do it yourself. You will, of course, require one learned in the arts. Haben wir. Do the ritual. You stab the king through the heart as he chants an incantation. His whole body turns to glass and then shatters into smithereens. The ruins begin to shake and collapse. But your ritual gives you enough time to gather some of the goods. Oh, fünf Weaponblock, nicht schlecht. Grab what you can and run. Net a story. Und da würde ich sagen, kriege ich jetzt erstmal jemand, der noch nichts mit Weaponblock hat. Weil die meisten Sachen sind... Ah, Increased Intelligence und Increased Witz ist bei ihm gut. Aber eigentlich braucht den stärksten Weaponblock erstmal der, der keine Rüstung tragen kann. Er hier. Haben wir sonst noch jemanden, der keinen Weaponblock hat? Ah, Destiny and Perception ist bei ihm gut aufgehoben. Weaponblock. Weaponblock. Wie viel macht das Ding eigentlich genau? 4,6. Oh, so relativ gut. Saltair Jewel. Ja gut, das kann er brauchen. 5 Weaponblock. 2,4 Weaponblock ist bisher der schlechteste. Ja, so passt's. Und hier würde ich sagen, beende ich dann die Aufnahme. Sehr interessante Geschichte am Ende. Und ich hoffe, euch hat das auch so gefallen wie mir. Und in der nächsten Folge schauen wir uns weiter in diesen Eisöden um. Ich hoffe, ihr habt Spaß, dass konstruktive Kritik da vielleicht ein Däumchen nach oben. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Thea 2. Bis dahin. Cheerio.